Los. Hallo und herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin verwirrt. Ich zeige dir, wie das funktioniert hier. Achso. Ja, los. Sarah wollte unbedingt wissen, wie ich das da unten alles ausgeholt habe, weil während wir nicht aufgenommen haben, hat sie sich das alles angeschaut und hat gesagt, hä, hast du das alles ausgehoben? Nein, ich bin natürlich kein Spackmann, das hier alles aufhört. Es ist viel zu viel Arbeit. Ja, ach was. Das hab ich mir schon gedacht. Komm hier, schau. Hier, guckst du auf die Wand, da. Da, auf die Wand. Ja. Zack. Ja, kenne ich doch schon. Damit hast du schon unser halbes Haus abgerissen. Ich weiß. Und jetzt hab ich dich eben geschlagen, jetzt ist mein Spitzhackel kaputt gegangen. Da schlag ich mich heute nicht immer so auf. Ja, Sarah schlägt mich jedes Mal, auch im echten Leben. Bitch, so lecker. Und ab jetzt, Leute, nur für euch machen wir genau 15 Minuten Folgen. Ja, weil wir geil sind. Nein, weil ich hier einfach keine Lust hat zu schneiden. Korrekt, und das. Bis ich mein Programm gefunden habe. auf jeden Fall nicht mehr. Ach, Angst. Ach, jetzt darf ich nur die Zeit nicht übersehen, weil wir können momentan nur maximal 15 Minuten aufnehmen, bis wir das endlich mal erhöhen, die Zeiten. No, ich hab grad keinen Bock dazu. Ja, ich hab auch zu nichts grad Bock. Habt ihr alle recht, Leute. Weil es grad Ferien sind! Osterferien! Ja! Feiern! Und ich bin krank und kann gar nicht feiern. Disco-Pobo. Dingalingaling, dingalingaling, alle Affen singen. Disco-Pobo. Sag mal die Kügelchen an, die schwarzen. Hopp. Ja, ich hab schwarze Kügelchen. Hast du gerade nicht bemerkt, dass ich gesungen habe, alle Affen singen? Doch. Er hat's einfach ignoriert. Ist das nicht richtig? Ich weiß nicht, wie das Lied richtig geht. Alle Atzen, nicht alle Affen. Naja, stimmt ja. Ist auch so ein Affe, ey. Ich bin sogar so allgemein so ein Affe. Was denkst du auch von mir, dass ich kein Affe wäre, oder wie? Und dann baue ich den Turm weiter. Zack, zack, zack. Hoppala. Da das, 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 da da, da da. Sollen wir eigentlich auch hoch auf den Turm drauf gehen? Wie? Also, soll ich eine Treppe nach oben machen? Könntest du machen, ja? Da, so. Weiter geht's. Boah, das ist schon wieder drei Minuten, man. Das fass ich ja gar nicht. So. Und in den drei Minuten hab ich null Komma gar nichts gemacht. Na, ich hab was gemacht. Achi. Okay. Jetzt geht's wieder. Ja. Ging, dass du dir hacklig hast, ey. Du machst ja gar nichts. Ich arbeite hier die ganze Zeit. Und du baust nur am Haus herum. Und ich muss immer deine ganzen Materialien besorgen. Ja, sowas nennt man Arbeitsteilung. Hä, meine ganzen Materialien besorgen. Ist ja nicht so, als würde ich den, äh, als würde ich das Holz für den Turm selber sammeln. Ja, sammeln's doch voll selber und nicht erst mal im Gerät, Dings. Der Gerät schläft nie. Ja, der Gerät schläft nie ein. Der Gerät schneidet das Fleisch schweißfrei. Der Gerät ist noch vor dem Chef im Laden. Okay. Nein, der Gerät ist vor Chef im Geschäft. Ist doch egal. War das irgendwie so? Ist doch egal. Nein! Du bist egal. Nein, du bist natürlich nicht egal. Wo aus? Ich bin egal. Okay. Dann geh ich halt. Dann hör ich halt auf, als mit meiner Handkante abzuschlagen. Weil ich gerade keine Lust habe, mir eine, äh, Axt zu holen. Sarah, hol dir halt ne Axt. So. Ich verbrauch noch die 42 Stämme und dann ist der Turm hoch genug. Gut. Muss mich zwar wieder hochdingsen, aber egal. Hochdingsen musste ich dann wieder. Obwohl ich könnte jetzt eigentlich auch direkt das Turm-Dingens machen. Das Turm-Dingens könntest du doch jetzt auch machen, ne? Hast du recht? Ja. Moment. So. So. Gut, jetzt muss ich auffassen, dass ich hier nicht runterfliege. Das wäre von Vorteil, dass du nicht runterfliehst und stirbst. Boah, die Zeit vergeht immer so schnell, das kann nicht wahr sein. Schon wieder auf 5 Minuten rum. So weitchen, sag das doch nicht immer. Ja, ich muss auf die Zeit achten, ich will das nicht vergessen, ich will sich gleich beim ersten Mal vergeigen mit der scheiß Zeit. Die Zeit vergeht doch immer so schnell beim Farmen. Wir fahren jetzt und dafür später... Nicht mehr. Ist irgendwas? Ne. Alles gut. Jetzt. Ich bin nur ein Profi-Farmer. Sarah, 5 Minuten 30 Sekunden. Wollte ich dazu nochmal sagen. Ich werde jetzt alle 30 Sekunden wiederholen. Nein, natürlich nicht. Wie war das nochmal mit der imaginären Hand? Dir kommt mich streicheln? Ja, das weiß ich. Wie nett von dir, Sarah, danke. Dass du so mitfühlen bist für mich. So, hopp. Geh kaputt, Wand. Und was hast du so gemacht der letzten Tage? Äh, im Bett gelegen und zäh getrunken und ich war bei meiner Oma. Hammer. Weg, Wand, weg, weg. Aber was mach ich denn? Weiß ich doch nicht. Bauen vielleicht? Ja, aber scheiße bauen. Nein, du sollst keine Scheiße bauen, du sollst dein schönes Haus bauen. Ich versuch's. Gut. Das war schon mal von Vorteil, wenn du versuchst. Ach, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Ich versuch's. Na, Axt wäre jetzt echt praktisch hier oben. Tja. Habe ich jetzt hier. So, 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 so. Alles wieder einsam. Sarah! Ah, nicht sterben, haben wir doch ausgemacht. Ah, scheiße. Andolito hit der Ground to Heart. Aber gut, dass ich... Nee, nee, ich hab ne Minimap. Du sollst nicht über den Ground to Heart hitten. Doch, falsch hat mich. Du machst, Sarah. Ja, sorry, ich bin vom Turm gefallen. Dann fall halt vielleicht nicht vom Turm. Wie wär's damit? Jetzt muss ich erstmal über den Riesen-Ozean schwimmen. Wie zum Teufel sind wir da drüber gekommen? Sind wir außen rumgelaufen? Ja. Ich glaube schon. Wir sind lieber in den Ozean geschwommen, das weiß ich. Glaube ich. Wir haben uns keine Boote gebaut. Hä? Wir haben uns keine Boote gebaut. Nee, haben wir nicht, stimmt. Also, gleich komm ich an und meine Sachen sind weg. Weil ich so langsam bin. Hattest du so viele wichtige Sachen dabei. Ich hab mir besser mal ein Boot gebaut. Würde wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen, ne? Und ich kann euch Leuten empfehlen, alle die Videos machen, genau wie wir, verwendet nie mal den, äh, verwendet nie den Windows Movie Maker, der ist scheiße und behindert. Und weil du ein besseres Programm hast, was du verloren hast. Ich hab's nicht verloren, das liegt doch nicht mal bei mir zu Hause. Aber, der Windows Movie Maker ist scheiße, den hab ich jetzt so, hab ich für ein, zwei Videos erwendet und ich pack's jetzt schon nicht mehr. Deshalb mach ich's momentan auf die Art, bis ich wieder mein geiles Programm gefunden hab, namens Magix. Deluxe 17. Ja, das ist cool. Ich find halt die CD davon nicht mehr. Ja, scheiße halt. Ach ja, was hab ich euch die letzte Zeit so getrieben? Nix. Ach, und ich hab geschlafen. Boah, Sarah! Du hast einen Fortschritt gemacht, du hast doch mal geschlafen. Was soll das denn bedeuten? Du hast einen Fortschritt gemacht, du kannst schlafen, mein Spaß. Keine Ahnung, ich bin müde heute schon. Ist schon so spät wieder. Natürlich. What? Wir haben 19 Uhr. Sag ich doch, es ist schon wieder voll spät. What? 19 Uhr? Oha, schon wieder 19 Uhr. Voll spät. So, wo sind meine Sachen? Da sind meine Sachen. Sarah, es ist nicht 19 Uhr, sondern 29 Uhr. Natürlich. Steht da viel Sinn dahinter wieder. Bald müssen wir nicht mehr farmen gehen. Doch, müssen wir leider für immer. Und ich hasse farmen. Sarah, die 15 Minuten sind bald rum. Ja, ist mir egal. Ich glaube, ich baue erstmal oben eine Plattform, damit ich da nicht mehr runterfalle. Ja, aber... Das hätte ich vielleicht mal tun. Jetzt baust du wahrscheinlich eine 200x200 Blöcke Wand dahin. Also eine Plattform. Damit du 100% dich nicht mehr runterfallst. Natürlich. Natürlich. Ey, das ist ein Déjà-vu. Das haben wir schon mal irgendwo gemacht. Du oder ich oder wir? Wir. Mit dem natürlich. Natürlich nicht. Natürlich. Ich finde es irgendwie beunruhigend, dass direkt neben unserem Haus eine Ölquelle ist. Ja, ich habe wieder einen Spawner gefunden. Nooo. Also das ist der Spawner, den ich schon einmal gefunden habe. Welcher Spawner habe ich denn vorher nochmal ausgegabt? Ach, verdammt. Scheiße drauf. Du hast mir eben gesagt, dass der Spawner uninteressant ist. Ja, warei. Aber wie findest du euch unsere Schweizer Freunde? Die ich jetzt nicht meinen Namen nennen werde. Nett, nicht nett. Böse, schrecklich. Ich find's so nett. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, dies zu verstehen. Weil dafür können sie ja nix. Find ich nicht. Muss ich ehrlich sagen. Mittlerweile auf jeden Fall nicht mehr. Ja, irgendwann werde ich mich auch an deren Dialekt gewöhnt haben. Aber es dauert halt seine Zeit. Das ist genauso wie bei mir mit den Spanischlehrern. Ich hatte jetzt schon total viele Spanischlehrer oder auch Engischlehrer. Und jeder von denen hat eine andere Art zu sprechen. Und am Anfang verstehst du die einfach nullkommal gar nichts. Und nachher denkst du dir, okay, warum hast du die nochmal nicht verstanden? Ja, Sarah, genau. So denkt man. Du denkst. Ja, du kannst das nicht verstehen. Die anderen verstehen das auch. Doch, ich verstehe es eh. Gut. Sarah, darf ich einmal in Lava baden gehen? Nein. Oh, schade. Abgelehnt. Boah, wie ich ständig auf die Uhr schaue. Wenn ich die erste Folge auf keinen Fall verpatzen möchte. Die haben eben wieder darüber geredet, dass sie mit uns den YouTube-Kanal zusammen machen wollten. Und dann meinte der Markus aber, nee, mach doch einen eigenen YouTube-Kanal. Und dann können wir so zusammenspielen und bla. Wer mit wem? Die beiden Jungs zusammen. Die beiden alleine sollen einen Kanal machen, oder wie? Ja. Warum? Wir haben doch schon einen Kanal. Hust, hust, wir haben keine drei Kanäle bis jetzt, nee. Doch, ich habe noch einen zweiten Kanal. Nein, ich habe insgesamt, glaube ich, sechs Kanäle mittlerweile, weil ich ein paar verpatzt habe von denen. Ja, aber ich möchte, dass wir zu dritt bleiben. Warum? Weiß ich nicht, darum. Warum sollen die Schweizer Freunde nicht zu uns kommen? Darum. Du hast unsere Schweizer Freunde, wa? Du hast sie. Du hast sie. Hammer, drei Diamanten, als produziert, während ich weg war. Hammer. Hammer viel. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in den Mordwirt, Hammer. Einzigartig, jung, unglaublich. Jetzt muss ich trotzdem aufpassen, dass ich mich nicht runterfalle. Sarah, du bist auch unglaublich. Komm, gib mir drei Eisen. Also, ich mache hier die gefährliche Arbeit, ja? Mhm, voll gefährlich, Sarah. Nicht. Sagte er und sah dabei zu, wie sie langsam herunterflog. Achso, du willst wieder runterfliegen? Kann ich dir gerne behilflich sein? Ich frage mich zwar wie, aber egal. Soll ich dir zeigen wie? Nein. Gut. Ah ja, Sarah, wir müssen uns gleich verabschieden. Also, Leute. Bis zur nächsten Folge, die morgen dann veröffentlicht wird. Also, für euch morgen, für uns, keine Ahnung. Ist das knapp gewesen? Also, Leute. Sarah. Ja. Wir müssen uns verabschieden. Ja. Wir haben nur mehr sechs Sekunden. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschaui. Tschau. Tschüss. Tschüss.